Hallo, hier ist die User Paul mit dem Thema Linux, die Datei-EDC-MOTD. Die Datei-EDC-MOTD wird einem User nach dem erfolgreichen Login dargestellt. MOTD steht für Message of the Day, also Meldung des Tages. In dieser Datei kann der Systemverwalter wichtige Informationen für alle User veröffentlichen und jeder User bekommt diese Datei beim Login angezeigt. Typische solcher Informationen sind Termine, wann ein System zu Wartungszwecken heruntergefahren werden muss oder welche neuen Programme installiert wurden und jetzt zur Verfügung stehen. Da diese Datei erst nach erfolgreichem Login angezeigt wird, kann sie wesentlich internere Informationen enthalten als //EDC//issue. Die User, die diese Datei zu sehen bekommen, haben sich ja schon als gültige User mit Namen und Passwort ausgewiesen, sind also weniger als Angreifer zu betrachten. Und der Inhalt bei Linux Mint sieht wie folgt aus, cat-leerzeichen//EDC//MOTD. Die Datei kann man auch verändern, aber das geht genauso wie bei der Datei//EDC//issue nicht so einfach. Wenn man jetzt einfach einen Texteditor benutzt, zum Beispiel nano, dann würde nichts passieren. Denn wenn man genau hinschaut, ist das nur ein Link auf die Datei var run motd, die aktuell gehalten wird vom Framework update-motd.d. Um jetzt die Meldung zu verändern, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen löscht man einfach den Link und erstellt eine neue Textdatei mit dem Namen motd.d. Oder man verändert diese drei Dateien, die Skripte im Verzeichnis //EDC//update-motd.d.d. Oder wenn man einfach nur eine Meldung hinzufügen möchte, kann man die Datei motd.tail erstellen. Und zwar, das möchte ich mal zeigen, wie das funktioniert. Und zwar mit dem Kommando sudo, Leerzeichen. Dann touch, um eine neue Datei zu erstellen. Leerzeichen und dann die Datei//EDC//motd.tail. Passwort eingeben. Und dann kann man die Datei verändern mit SUDO, Texteditor nano und die Datei //EDC//motd.tail. So kann man zum Beispiel noch hinzufügen, jetzt Blender wurde installiert. Ausrufezeichen, Änderung speichern mit STRG-O, Enter und NADO beenden mit STRG-X. Und jetzt ein Login, nur mal als Beispiel. Es macht natürlich wenig Sinn, sich nochmal einzuloggen, aber so kann man den Begrüßungstext dann sehen. mit SUDO, Leerzeichen, Login, dann Benutzername Paul und Passwort. Und das ist dann der Begrüßungstext mit der zusätzlichen Information. Blender wurde installiert. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück! Ciao und gut!